So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, die neue Season ist schon wieder angeteasert worden, gab es einen kleinen Trailer dazu, Leute spekulieren schon wieder, was da alles drin sein kann, unser Zeug, Ultrapforten wurden gesichtet, kommen neue Ultrabästchen, kommen neue Legendäre, was wird uns in den nächsten drei Monaten dann erwarten, dazu wird es heute, morgen, wann auch immer, natürlich News geben, denn die aktuelle Season ist ja bald um, 1. März geht die neue los, da muss ja auch wieder der März-Event-Kalender kommen und das ganze Zeug, aber ich will ja Mittwoch eigentlich wieder Mittwoch machen mit dem Best-of der letzten zwei Wochen, wo auch die Ergebnisse und eure Einsendungen an der Sino-Tour drin sind, also wer was schickt, ist dann vielleicht drin, wer nichts schickt, ist natürlich nicht drin und ich möchte heute meine Sino-Tour-Ausbeute auch mal zeigen, ich bin ja mit Pupsi und Jonas nach Gera gefahren, wir haben uns da ein Apartment gemietet, waren da von Freitag bis Sonntag, waren da Freitag Essen, Samstag, Sonntag haben wir gezockt, dann gab es noch Überraschungsgäste, die Doreen kam, kennt ihr vielleicht, Eden, Eden 696, nicht gut, ist schon länger mal bei dem Kanal so dabei, mal ein bisschen unscheinbar unterwegs, aber trotzdem, war dann da am Start, der Silvio kam plötzlich nächsten Tag, noch dazu, war da am Start, also das war richtig cool, das hat auch mega viel Spaß gemacht und ich muss gleich vorweg sagen, nochmal, ich habe es gestern im Stream ja schon mal erklärt, ich habe gefühlt die komplette Sino-Tour gar nicht gespielt, selber, sondern habe einfach immer nur mein GoPlus im Rucksack gehabt und habe das einfach alles fangen lassen, fangen lassen, drehen lassen, fangen lassen, drehen lassen. Ich habe zwischendurch immer meinen Beutel ausgemistet, wenn wir gerade irgendwo gesessen haben und haben was gegessen oder gespeist oder so, aber ansonsten fangen lassen, drehen lassen. Ich habe trotzdem an beiden Tagen aktiv dann einen Stream gemacht, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 11, obwohl am Samstag ging es bis 11.30 Uhr, am Sonntag ging es sogar bis 12 Uhr, weil da viele mitgeradet haben, da haben wir nämlich nochmal ein bisschen Rates gemacht. Wer das nicht gesehen hat, kann sich das angucken, aber was sonst wir die restlichen Tage noch so gemacht haben, was es so gab und ob es Shinies gab, ob es Hunderter gab, das möchte ich euch jetzt dann hier heute zeigen. Mir war die Ausbeute aber nicht so wichtig, mir war es eher wichtig, mal rauszukommen, mit Thomas, Genaya, Doreen, Eden, Silvio, Scheinux, da rumzuhängen, mal was anderes zu sehen und das hat auf jeden Fall geklappt. Unabhängig von Pokémon Go hatten wir ein richtig tolles, chilliges, entspannendes Wochenende und auch mit Jonas hat das dann alles sehr gut funktioniert. Also da freue ich mich schon auf die nächste Go-Tour. Unabhängig davon, was für Inhalt da drin ist, würde ich gerne wieder dann einfach nach Gera, vielleicht das so als Tradition und dann immer zack, zack, zack. So, habe ich ja ausführlich gestern alles gepredigt. Was machen wir denn aber jetzt? Wir gehen mal auf zu letztgefangene Pokémon. Da ist noch ein bisschen was geprüht gewesen, okay. Ich gucke jetzt erstmal hier rein, ob ich ein XXS Pokémon habe von der Tour. Nein, habe ich nicht. Habe ich ein XS, also ein XXS haben wir nicht, XS haben wir vielleicht. Was ist das? Drassler? Zählt das dazu? Das zählt nicht dazu. Aber genau, dieses Sehelfe, das ist auch interessant. Es gab ja das Sehentrio in der Wildnis. Erst dachte man, nicht so oft. Dann hat das, glaube ich, am Sonntag aber trotzdem zugenommen. Da hat man die viel öfter gesehen und es gab ja auch Aufgaben im Heute-Top, dass man von jedem Sehentrio-Mitglied einen Schnappschuss in der Wildnis macht. Also, sobald ihr das im Fangbildschirm habt, musstet ihr einen Schnappschuss machen. Das haben viele vergessen. Oder manche haben es gefangen und wollten dann ein Bild machen. Das ging natürlich nicht. Ihr hattet die Möglichkeit, also jetzt an alle drei zu kommen, auch wenn ihr keine Raids mit denen gemacht habt, was total dumm war. Weil ich habe extra mir zwei Fan-Raid-Pässe gekauft gehabt, damit ich an dem Mittwoch davor mich einladen lassen kann auf Chance für die Pokédex-Einträge auf dem Habanero-Account. Weil das ist ja ein Free-to-Play-Account und jetzt gab es sie da wild. Da hätte ich die da auch herziehen können. Hier ist ein Selfie drin. Das ist das kleinste Selfie, was ich habe. Und ein XS-Pokémon, das können wir auch mal kurz bewerten hier mit 10, 10, 15. Die konnten natürlich auch Shiny sein. Das ist auch interessant. Viele haben auch ein Shiny bekommen, habe ich gehört. Und es hat Spaß gemacht, die zu jagen. Bei mir hat das Go++ die meisten natürlich fliehen lassen. Aber wenn die gesagt haben, für die Aufgabe gezielt, wir laufen jetzt drei Kilometer in die Richtung, weil da ein Selfie ist für die Aufgabe, da habe ich das kurz ausgemacht, habe das Bild gemacht und das war es dann. Icognitos gab es. Natürlich die Sino-Buchstaben. S-I-N-O-H. Und ja, war mir jetzt wurscht, weil ich bin ja jetzt nicht mehr so auf Shiny-Suche, auf 100er-Suche und die Icognitos, weiß ich nicht, kann man vielleicht aufheben vielleicht mal, wenn jemand eins braucht als Glücksfreund oder so. Mir war das jetzt hier wurscht. Hier ist noch ein Rihorn drin, in XS, hier ist ein Sneebel drin, in XS, da ist ein kleines Mantax gebrütet, ein Mantirps. Das Brühen habe ich irgendwie am ersten Tag komplett vernachlässigt, am zweiten erst gegen Ende hin dann doch mal was in die Brutmaschinen gepackt, weil ich habe, wie gesagt, nichts gesucht. Aber dann habe ich gedacht, wenn du schon sowieso die ganzen Raid-Pässe, die du hast, verbrauchst, wieso tust du nicht deine Brutmaschinen auch verbrauchen, gerade zu so einem Event? Wann willst du es denn sonst machen? Dann machst du es doch jetzt, aber dann kam eben nicht mehr so viel bei rum. Hier ist noch ein kleines Plauder-Guy dabei, okay, und das waren die XS-Pokémon. Wenn wir es jetzt mal andersrum machen und gehen auf XXL, dann sehe ich hier ein Palkia, größtes Palkia, das auch aus Gera. Da war ich sogar in einem Team mit Supersani und Pokemon, denn wir waren dann an dem Tag so viel, dass Genaya, Thomas, Doreen und Thomas, sein Bruder, in einem Viererteam schon waren und ich mit Silvio und Sandra dann nochmal ein Dreierteam gemacht habe. Das hat auch gut funktioniert. Hier ist ein XXL bei rumgekommen, der ist sehr groß und sehr stark. Ansonsten hat er aber nur zwei Sterne. Das ist das einzigste XXL, was es da gab. Was ist denn aber mit XL? Haben wir da vielleicht mehr? Das müsste hier anfangen, beim Venufliebis. Ach nee, das war noch aus der befristeten Forschung, die es vorher gab. Hier, das ist Gera, das gehört zu Gera dazu. Ein Chalelo. So, ein Stern, dann haben wir hier Fucano, ein Stern, wir haben Kikugi, ein Stern, wir haben Pikachu, Null Sterne. Kaumalad mit drei Sternen. Der war sicherlich dann gebrütet. Genau, gebrütet aus dem 5km-Ei. So, wenn ich mal auf Raid gehe und euch die Reihenfolge zeige, der Raids, die man so gemacht hat, dann haben wir am Freitag in Gera hier 23.2. Wir haben einen Community-Raid gemacht in Gera, da kam dieses Giratiner rum. Das war dann der einzigste Raid, den wir Freitag gemacht haben. Ist ein Andenken. Ein Giratiner hat auch sogar drei Sterne. Dann ging es den nächsten Tag los. Leider war es ja immer so, dass von 10 bis 11 die normalen Formen da waren und erst von 11 bis 12 die Urformen da waren. Wir haben auch fast nur Palkia die ganze Zeit gehabt. Die Yalga war irgendwie viel kürzer. Bei uns war es ja so, ich habe die Palkia-Medaille genommen. Das heißt, alle Palkia, die ich dann in der Urform hatte, hatten diese Spezialattacke. Bei die Yalga war es schwieriger, an die Attacke zu kommen, denn man hatte nur eine Chance drauf. Und unter allen die Yalga-Raits in der Urform, die ich gemacht habe, habe ich nur eins mit der Spezialattacke bekommen. Während alle Palkia in der Urform die Spezialattacke hatten. So, das also am 24. Gehen wir jetzt mal durch, was wir da so haben. Hier seht ihr auch drei Sterne. Die Yalga noch schnell mitgenommen. Dann ging es schon an die Urformen ran. Da haben wir hier nochmal Palkia. Urform. Die Yalga. Urform. Die Yalga. Wetterboost. 100%. Der wievielte war das? Eins? 10 bis 11 Uhr einen Die Yalga-Rait gemacht. Und dann ab 11 Uhr ein Urform-Rait gemacht. Und der zweite Urform-Rait war dann einfach das 100%ige. Ich wusste das in dem Moment nicht. Ich habe da einfach gefangen. Das war glaube ich auch nicht mehr im Stream. Und dann war das einfach das 100%. Das war für mich schon ein kleines Highlight. Das fand ich richtig genial. Dann habe ich gedacht, oh ich mache jetzt nur noch die Yalga-Raits. Dann werde ich eben Bonbons bekommen. Das kann man ja vielleicht trotzdem mal auf 40 pushen oder so. Wir sind immer noch beim 24. Aber dann seht ihr ja schon, dass vermehrt Palkia kam. Hier ist nochmal die Yalga. Das war sehr interessant. Denn es waren eigentlich schon die Raits vom ersten Tag. Dann war bei uns der Tag schon um, weil wir nicht so viel geraitet haben. Wir aber abends zum Essen gegangen sind. Zum Bahnhof bei Frankies. Und da in der Arena, nach 18 Uhr, wo die Sinotour eigentlich schon um war, waren auf einmal zwei Giratiner. Da waren zwei Arenen nebeneinander. Da waren zwei Giratinas. Aber nicht die fliegenden, sondern die stehenden. Warum das? Wir haben gesagt, das war doch gar nicht angekündigt. Und eigentlich ist doch Giratina fliegend in den Raits. Wieso sitzt nach 18 Uhr plötzlich Giratina stehend hier rum? Aber wir haben gesagt, ach komm, aus Spaß, wir machen den. Und da habe ich direkt im ersten stehenden Giratina-Raid auch einen Shiny gezogen. Beim Essen am Tisch. Und dann haben wir den zweiten gemacht. Und das ist dieser hier. Ja, beide haben natürlich drei Sterne. Und dann ging es in den nächsten Tag. Da seht ihr, hier steht 24., hier steht 25. An diesem Tag, am Tag 2, wollten wir mehr Raiden. Mussten wir wieder eine Stunde überbrücken mit den normalen Formen und sind dann in die Urformen gegangen. Wir haben hier Palkia, wir haben die Yalga, wir haben hier Palkia, wir haben... Giratina. Yeah. Ja, Gera, Thüringen, Deutschland. War ein fliegendes Giratina im Rait. Warum nicht? Ja, war halt auch einfach da, genau. Noch während dem Zeitraum 10 bis 11. Das ist so verworren alles. Dann war es nach 11 Uhr, dann ging es los mit den Urformen. Und wir haben vermehrt halt wirklich ganz viele Palkias hier angetroffen, die alle, wie gesagt, die Attacke haben. Der Chat hat gut mitgemacht. Da gab es viele Einladungen, viele Leute wollten mitgenommen werden. Dann haben wir mal wieder einen Dialga getroffen. Dann gab es wieder Palkia, dann gab es wieder Dialga. Dann ist es passiert. Das zweite, hundertprozentige Dialga in der Urform mitgenommen am 25. Also eins am 24., eins am 25. Das war genial. Das hat, glaube ich, auch noch keiner großartig gesehen. Ich glaube, nicht mal Pupsi weiß das. Thomas weiß das gar nicht. Silvio weiß das nicht. Eden weiß das nicht. Niemand weiß das. Virginia weiß das, weil die gerade neben mir standen. Dann habe ich gesagt, das kommt ins Ausbeute-Video. 200-prozentige Dialga mitgenommen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen weiter geradet, weiter geradet, weiter geradet. Da ging es ja um Bonbons. Und dann war es schon vorbei. Denn dann war es ja schon wieder, dann bist du heimgefahren am Sonntag. Wir haben dann nicht bis 18 Uhr gemacht, sondern nur bis 15 Uhr circa. Sind dann auch heimgefahren. Und am Montag habe ich hier, kurz bevor der Raid-Boss-Wechsel war, auf Cresselia und Hydran noch einen Giratina-Raid schnell gemacht, weil ich Giratina besser finde als Cresselia und Hydran. Dann habe ich mit dem Dennis noch getauscht, weil wir Glücksfreunde waren. Da ich ja 100-prozentige Dialga habe, aber keinen Palkia, habe ich gedacht, nimmst du einfach mal einen Palkia. Vielleicht wird es ja ein 100-prozentiges. Und naja, es ist 13-13-13 geworden. Und heute meinen Raid-Pass habe ich ausgegeben für den Auktüllerie, für die Raid-Medaille. Das zählt aber nicht mehr zu Gera. Das heißt, so extrem viele Raids haben wir gar nicht gemacht. Was für euch aber vielleicht noch interessant ist, also hier sind ein paar Sachen gebrütet, ganz viel Plauder-Guy waren da dabei. Ein paar Chirisu habe ich so gut wie gar nicht gebrütet. Wenn, dann vermehrt eigentlich immer nur Plauder-Guy. Und was euch vielleicht noch interessiert, sind natürlich die Shinies. Gab es Shinies? Wie viele Shinies gab es? Ich glaube, das allererste Shiny, was ich gebrütet habe, muss man kurz hier reingucken, Gera Wildnis, ne, warte, das ist aber der falsche Tag. Das allererste Shiny, was es bei mir gab, durch das Go Plus, ich weiß nicht, wie viele geflohen sind, aber das allererste Shiny war dieses Voltoball. Und das finde ich cool, weil das ist einfach schwarz. Und das ist ein neues gewesen. Und das hatte ich noch nicht, weil ich sowieso nichts habe. Aber dieses Voltoball-Schwarz finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das war am 24. Dann haben wir hier noch das Tobutz. Das war ja natürlich in der Wildnis angeklickt. War Shiny, konnte nicht fliehen eigentlich. Konntest du einfach immer draufwerfen. Hast halt drei Millionen Bälle gebraucht. Also schnell wildes Tobutz noch mitgenommen. Schalellos ist ja noch am Start. Dann haben wir hier Vadribje bekommen. Auch noch am 24. Kikugi. Sneebel, auch gekleckert. Auch dunkel, passt dazu. Dann das Giratine abends beim Raiden, wie gesagt. Dann müsste das am 24. fertig sein. Und wir gehen in den 25. über. Also auf den zweiten Tag haben Cognodon, haben Pikachu mit dem Putzellappen auf dem Kopf am 25. und das war's. Also am zweiten Tag nicht so viel wie am ersten. Am zweiten Tag einfach nur zwei Shinies. Am ersten Tag drei, vier, fünf, sechs, sieben Shinies. Das heißt insgesamt sieben, acht, neun. Neun Shinies auf der ganzen CenoGo Tour. Werdet ihr sagen, das ist ja gar nichts. Ich habe hier 50 Shinies. Und ich sage, das ist mir alles komplett egal. Ich hatte auf jeden Fall richtig Spaß. Es hat richtig Bock gemacht. Und dieses Ding hier finde ich trotzdem cool. Aber ich sehe schon den nächsten Glücksfreunden, der kommt und sagt, ey, gib mir deinen Voldemort, du kriegst auch nichts dafür. Und ich dann wieder, ja, ich brauch's ja eigentlich eh nicht. Hier, nimm's halt oder so. Oder vielleicht behalte ich den auch. Ich weiß es noch nicht. Das war aber im Großen und Ganzen eigentlich meine. Achso, warte mal. Ich kann noch eine Aufgabe hier abholen. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Achso, Schalellos. Dann hole ich mal kurz diese drei Aufgaben ab mit den drei Schalellos, die hier drin sind. Einfach um zu gucken, ob da vielleicht noch ein Shiny dabei ist. Denn die sind noch von der Tour. Ach, hier ist sogar ein Beditzer drin. Okay. Nicht nur Schalellos. Hier ist auch Beditzer drin. Jetzt hab ich das hier fertig. Hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's, glaub ich, auch nichts mehr. Ach, hier konnte man Giovanni herausfordern. Da kann man wieder Krypto-Rigigigas bekommen. Hab ich jetzt noch nicht gemacht. Fand ich dumm. Wollte warten. Aber wahrscheinlich ist das ja sowieso daran gekettet. Und du musst dir das Krypto-Rigigigas abholen. Und naja, muss ich's halt mal machen. Ich hab's jetzt bei der Tour nicht mehr gemacht. Ansonsten, wie gesagt, hat's Spaß gemacht. Das war cool. Gerne wieder. Egal, wie die Ausbeute war. Aber wie war eure Ausbeute? Habt ihr einen Hunderter bekommen? Habt ihr Shinies bekommen? Bei mir waren's, wie gesagt, neun Shinies. Und wenn man nochmal hier in der Übersicht auf vier Sternchen geht, sehe ich, das sind die zwei letzten hundertprozentigen Pokémon. Einen, die Yalga. Guck mal, hier komplett Drache. Und hier komplett Stahl. 24. Zweiter. Und hier 25. Zweiter. Finde ich gut. Ich hab auch alle Sonderbonbons, die ich jetzt so krieg. Genau, die nehm ich immer und pack dir jetzt einfach hier drauf, dass ich da mal eins auf Level 40 ziehen kann. Wie war eure Sinotour? Ich freu mich auf eure Kommentare, euer Feedback, ob's Spaß gemacht hat, eure Ausbeute. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und ciao.